Ich weiß jetzt, warum jede Mission schiefgelaufen ist. Der Geheimdienst hatte ein Leck. Ganz oben. Benden, natürlich. Sie wussten es? Sie sind wichtig für mich, Logan, aber Sie erfahren nicht von allen Aktivitäten des Geheimdienstes. Ich wusste schon seit einiger Zeit, dass Benden auf zwei Hochzeiten tanzt. Auf wie viele Missionen haben Sie uns geschickt, bei denen Benden uns hätte draufgehen lassen können? Wir tun, was nötig ist, Logan. Bleiben Sie jetzt kooperativ. Wir alle. Hebt Sie auf. Was haben Sie noch herausgefunden? Wir haben mehrere Dateien von Fagans Computern heruntergeladen. Es wird eine Weile dauern, bis der Nachrichtendienst den Code von Falcon geknackt hat. Aber Fagen muss irgendwo ein Viruslabor haben. Fagen ist verschwunden. Interpol konnte ihn noch nicht ausfindig machen und von Römer fehlt auch noch jede Spur. Römer operiert von einem ehemaligen Sowjetstützpunkt in Nordkasachstan aus. Unsere Spionagesatelliten haben die genaue Position der Anlage festgestellt. Das Außenministerium muss der Regierung von Kasachstan klar machen, dass die USA nichts mit der Operation zu tun hatten. Der Hubschrauber setzt Sie eine Meile vor dem Stürzpunkt ab, gerade außerhalb Ihrer Radarreichweite. Hoffentlich wird Ihre Ankunft durch den Blizzard getarnt. Sie müssen zu Fuß rein und vor der Evakuierung Ihr Flugabwehrleitradar ausschalten. Sieht aus wie Langstrecken SS-23. Ja, deshalb schicke ich Sie. Bevor Sie den Timer einstellen, müssen Sie das Raketenarsenal und die Abschusscodes ausfindig machen. Wir wollen wissen, wo er die her hat. Sie kriegen mehrere C4-Sprengsätze mit, die Sie an diesen Tanks anbringen. Das sollte reichen, um alles hochgehen zu lassen, was er an Waffen hortet. Das ist Wladyslaw Gabrek, Römers Stützpunktkommandeur. Er ist persönlich für die Sicherheit verantwortlich. Und der Ausweichplan? Falls was schief geht, halten wir einen anderen Hubschrauber zwei Kilometer südlich bereit. Wenn ich Römer finde? Eliminieren Sie ihn. Ich bin drin. Der Funkverkehr zeigt Alarmstufe gelb. Geh den Patrouillen aus dem Weg. Wenn die Basis alarmiert ist, bleibt dir nicht mehr viel Zeit für deine Aufgaben. Roger. Ja, toll. Oh Gott. Ach, wie, so eine Aufgabe mit Stealth? Ach du Scheiße. Okay, einmal mal. Äh, C4-Sprengsätze an fünf Benzintanz legen. Garberg, Eliminier und Schlüsselkarte holen. Hm. Das ist ein großes Ding. Parameter? Benzinte nicht beschädigen. Äh, keine. Gut. Äh. Hä? Ne, im Kopfschuss. Aber man wird schäcken. Man wird schäcken jetzt nicht. Okay. 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 Ich hab einen Tank gefunden. Ich hab den ersten Sprengsatz gelegt. Ja. Weil ich hab keine Zeit mehr. Ey. Ja, wieso krieg ich eigentlich so viel Minimony mit? Ja, ich wollte doch noch nicht. Oh, ich for... Mh, egal. Ich dachte so mein. Äh, ja, egal. Aber egal, wir hatten den Checkpoint. Egal, das ist ja eigentlich... Ist ja eigentlich... Schalt egal, ist ja schade, ist kack egal. Also wir hatten den Checkpoint. Ja, was soll? Äh, okay. Äh, in dem Fall erstmal... Die... Ja, auf einmal kommen sie. Ja, klar. Die... Äh, ja, 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 bitte. Achso, ich schätze einfach mal, mir ist schon beeinfachter gewesen. Der ist aber tiefenentspannter, gell? Der liebt die Entspannung, ich seh schon. Ah, jetzt weiß ich warum. Geht weniger, es geht mehr darum, dass ich gegen den Gegner geboren bin. Und dann... Äh, wie viel kommt denn noch? Oh ne, ich hab doch die ganze Zeit eben gedrückt. Ey, das ist so bescheuert, wenn man das noch nicht annimmt. Ja, ich krieg ja auch nie Muni mit, ne? Ah. Halt in die Schnauze. Äh, ja, bitte. Wie viel kommen jetzt noch? Wie viel? Hallo, jetzt muss er immer mal aufhören. Oder... Hä? Na ja, nicht ewig zu weitergehen. Oh, oh, was? Wieso geht das jetzt... Wieso... Wie kann jetzt die Gegner kommen? Ja, toll. Wo ich lang muss? Wo muss ich noch hier lang? Hier lang, ne? Okay. Was denn? Lauts Nachrichtendienst sind die Bunker mit Bewegungsmeldern gesichert. Du musst sie ausschalten. Wo sind die Schalter? Einen halben Kilometer südöstlich von dir. Toll. Schau auf deine Karte. Ja, danke. Wegen dir... Wegen dir verliere ich jetzt. Oh, Mensch, blöde Kuh. Kannst du mir sowas nicht mal früher sagen? Oder gleich sagen? Nee, jetzt nicht. Haste keine Lust. Entschuldigung. Ich bin mir gescheitert. Woher sind die Schalter? Ja... Wegen dir jetzt. Ja... Ja... Ja, ich habe auch keine Muni, nichts, ne? Ich habe doch Zielen gedrückt! Ich habe Zielen gedrückt! Oh, Mensch. Das ist ja jetzt, das ist ja nervig. Das ist jetzt, das ist jetzt natürlich das Ding, Spawn-Gegner. Also die ganze Zeit nur Spawn und... Das ist ja hartnervig. Ja, gar nicht, wie man das ausmacht. Kann man überhaupt ausmachen? Ja, Mission City, wo ist das jetzt? Ach, das ist ja... Unverwillensmelder. Das ist ja irgendwann ja mein Willensmelder. Ja, toll. Ja, ich kann doch kaum Muni mit. Ah, die rücken schon auf. Schalter für die Bewegungsmelder gefunden. Ich gehe jetzt in den Bunkern. Ja. Gott. Ja, so geht es ja. Aber wenn wir die ganze Zeit jetzt... Also wie eben so ein Dauerspawn haben, dann wird es echt für dich nicht... Dann ist es ja für dich nicht mehr so witzig. Aber wir haben ja gewusst, ich glaube ja. Oh ja. Ja. Ja, wisst schon, dass ich auch irgendwie mal eine Chance brauche, um da wieder raus... Ey, komm ich da mal raus hier auch, ne? Also raus komm ich da aber noch, ne? Nicht verloren, ne? Ja. Ja, bitte bl... Ey. Ey, bitte. Ja! Übertreibt doch nicht. Oh mein Gott. So, wo sind jetzt diese komischen Bewegungsmelder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Raketen. Bunker ist da hinten. Wo ist das? Ja! Ja, natürlich! Ja! Ey, komm. Das ist irre. Oh mein Gott, ist das bescheuert. Dann krieg ich auch nicht mal ne Schutzweste. Hier komm ich nicht rein. Ich habe... Oh, Moni kann ich auch nicht sammeln, weil... ... doch nur so... ... du... ... du... ... du bitte nicht zu viel Schuss für dich. Wo komm ich denn rein? Wo sind wir hier? Oh mein Gott. Lian, das Tor zum Bunker ist zugesperrt. Laut Nachrichtendienst hat nur Gabrik den Schlüssel zu den Raketenbunkern. Ach so. Ich versuch's im Funkgebäude. Warum sagst du mir sowas nicht vorher, du blöde Kuh? Alter. Diese Späße sind das so ne blöde Stück Scheiße da am... ... am Funk, ey. Die sag bloß irgendwie jetzt mal so nebenbei, dass ich doch den Garback brauche und der das hat und dann... ... mal da. Aber wenn ich einfach da hinrennen lassen, ne? Ops. Bescheuert. Nicht mal, dass ich dich gegen diese Russen kämpfen. Ich hab noch drei, ne? Und Zillkador, jaja. Und Raketen. Guck ich, wo die anderen drei sind. Guck ich, wo die anderen drei sind. Ok. Jetzt kommt keiner. Keiner. Ich hab doch ne wen zum Mundi her, das war da, da geht ein Bunker. ich habe mich da nicht hoch Oh Gott, will ich da mal hin? Er findet mich natürlich überhaupt nicht her. Oh mein Gott, das ist eine bescheidige Mission. Er wird auch nicht weiß, wo die Bunker sind. Und wo die Bunker sind. Tankstoff, ja. Und der natürlich immer noch Tüttelkarten, weil irgendwo reinzukommen. Hier komme ich nicht rein. Ja, der ist natürlich auch immer doof, jetzt nicht genau dich. Hör mal auf. Kommt man da theoretisch rein? Mhm. Also, theoretisch würde bedeuten, wenn das Spiel mich lässt und ich kurz mal Ruhe hab. Nee. Glaub nicht. Oh ja, das ist gut. Ja, das ist ein bisschen nervig. Also, die ganze Zeit. Also, du gar nicht mehr. Ja, das ist halt echt nervig. Warte, ich glaube, da geht's weiter. Ja. So, da sind wir abgeschossen. Oh mein Gott. Na Gott, egal. Ja, nicht egal. Hier haben wir dich lang müssen. Okay. Oh, oh. Nachtsichtgebirge. Ja, gut. Das ist Gasgranaten. Das ist auch das, was ich brauche. Aber ich brauche Gasgranaten. Ja, aber... Das ist das, was ich jetzt gerade benötige. Nicht Munition, sondern ich brauche Gasgranaten. Darauf habe ich schon mein ganzes Leben gewartet. Wieso schießt du eigentlich immer dreimal? Ach, Mensch. Also Munition sparen kannst du ja auch nicht gut. Also, ich muss dreimal schießen, übrigens. Also, ich schieß nicht dreimal, drück einmal kurz drauf, aber schießt halt drückdreimal ab. Ja, und dann natürlich auch noch... Ja, ich roll doch schon in Deckung. Was soll ich denn noch alles machen? Äh, bis ich hier... Na gut, ist jetzt gar nicht so doof. Warte mal. Wir wissen jetzt ja, wo wir langen müssen. Das war schon mal sehr wichtig. Diese Erkenntnis. Okay, das... Die schwierigste... Okay, haben wir eine Rolle machen, das nehme ich jetzt nicht. Komm, knall ihn ab. Knall ihn doch ab. Knall ihn doch einfach ab. Nimm dir meine Muni weg. Er hat keine Muni. Warum hast du keine Muni? Was ist das? Natürlich jetzt... Danke. Danke. Ja, klar. Der hat natürlich jetzt... Ja, weil ich jetzt natürlich geguckt habe, was er Muni hat. Nein, er hat natürlich nicht. Ah. Der erste russische Soldat und aus... Ja. Karastan. Ja. Ja, jetzt hört doch einfach mal auf zu spawnen. Ja, kann die Muni nicht holen. Aber ich will doch nur diese Scheißen... Ja, bitte. Alla. Stirb. Einfach mal. Herrgott. Kann doch nicht sein, dass ich keine Muni habe. Na, danke. Schon dass ich aber Muni kriege hier im Spiel. Das ist nett. Sorry. Ein paar... Das ist ja die... Das ist ja die reinste Hölle hier. Nachtdurchgerät nehmen. Grazgranaten. Ja, wenn ihr wohl ihn... Grazgranaten brauche aber... Da ist... Da darf ich nicht hin. Da knallt ich schon schon. Da will ich nochmal hin, doch fliegen will ich jetzt nicht. Du kommst, es geht halt auch gar nicht mal auf, der Alarm, ne? Äh, das ist ja wirklich ein Dauerfehler, sozusagen. Nein! Ich hab halt... Nein! Ich hab halt gedrückt. Nein! Oh, ey. Die... 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 Die ist echt nervig. Also, die ist... Die ist... Das ist scheiße gemacht, weil... Die hat gar nicht mehr... Also, er ist kaum Muni. Okay... Ja... Und dann... Oh... Die... Da fällt die vorhin besser. Die war wenig... Wie heraus besser gemacht, von der Herausforderung. Ich meine, die war auch scheiße schwer. Ja? Du hast mich getroffen. Ja, ich habe eine Sekunde getroffen. Wie hast du keine Waffe? Du hast mich doch getroffen. Natürlich hast du keine Waffe. Du hast mich doch getroffen. Natürlich hast du keine Waffe. Ach so. Weil du mich ja getroffen hast. Du hast mich aber mit Luft... Mit Luft abgeschossen habe. Ja, leider. Das ist die... Du hast eine tolle Erklärung. Wir haben ihn abgeschossen. Ich habe Luft benutzt. Also, ist er wirklich durch, oder? Oh. Ah ja. Zwei noch. Oh Gott sei Dank. Ist ja irgendwas, ne, ne? Es ist egal. Jetzt kann ich ja nicht mehr fallen. Äh... Jetzt die abschießen, oder? Ja, du hast mir... Du hast keine Muni, oder? Hast du mir jetzt gesagt? Du hast keine Muni, ne? Ich bin jetzt nicht... 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 Ey, der ist hier jetzt im Strahl kotzt. Ich habe sie gesagt... Der, ne... Wo ist... Wo kommst du? Wo kommen die denn denn alle her? Ach, wie ja... Oh ja... Oaj, ist ja, ey, das ist ja, ey. Okay, die ist echt eh die Mission. Warte, warte. Warte gehen. Ab zwei haben wir jetzt noch mal von den Scheiß-Behältern, ne? Ja, die treffen auch dermaßen schnell, oh Gott Ja, schießt mir einfach direkt in die Fresse Was ist das, Alter, ja, bitte Alter, ich kann mich mal ein bisschen Zeit haben zu reagieren, so kurz, zumindest so ein paar Ich schieße auf dich, du kannst mir trotzdem anschließen, ja, bitte Was ist die mir jetzt geschossen? Ja, ja, mir wäre tot, war klar Also, wenn der dann wegrennt und dann war der, ja, so, Alter, also, das ist ja ne, so, Hilfe Okay, die müssen sich die Schlimmste So, das bauen wir doch da, ne? Wie kannst du so schnell sein? Ja, kannst du direkt wieder neu laden, das kann, das kann, das kann, das kann, das kann, das kann So, auf einmal ist der da, knappe ich weg, das ist so bescheuert, das ist, das ist wirklich ne schlechte, die ist einfach ne scheiße designt, ganz ehrlich, die ist, die ist nicht gut Also, ich finde die überhaupt nicht, nicht mal ansprechend und irgendwie die letzte Bekomme ich nicht zu laden Hallo, kannst du mal auf der Mischung? Das ist doch nicht euer Ernst, Alter, was ist das? Kannst du, ja und aber noch mehr und noch mehr und es kommen noch mehr, ja, wow, okay, genau Gut, wer ist denn da? Was sind die alle? Was? Da ist immer noch einer! Da sind die euer Ernst, ne? Da sind die euer Ernst, ne? Da ist immer noch einer da, natürlich, da war eben so ein, äh War doch nur drei oder vier Stück, ey, ach komm Ey, das ist doch so bescheuert gemacht Wie kann man denn so ne scheiße machen? Äh, ehrlich, geht's ein bisschen von irgendwie auch witziger Also, man kann ja auch viele Gegner, aber doch nicht dauer spawnen Was sind das? Ja, aber der schießt und... Okay, der hat nicht getroffen, sehr gut Lad doch nach Lad nach Lad nach Lad nach Mensch Will ich jetzt mal Dramo hat mal draufklicken Gut Die beiden haben wir Jetzt Hey, schieß nicht auf den Tank Wenn du explodiert fliegt alles in die Luft Ja Danke Sorry Alles meiner Absicht Ich schieß die... Ja, ey, ich schieß die ganze Zeit auf ihn Er trifft mich trotzdem Er trifft mich trotzdem Das Stück Scheiße Ja, das ist natürlich nicht ein Duber Und ich komm auch nicht hier nicht weg, weil die zieht alle Wieso bin ich? Alter Was soll ich denn machen? Ja Da kommt noch einer Jetzt kann ich nicht viel kommen denn noch Also, gibt es hier eigentlich irgendwann mal Schlusses? Oder ist tatsächlich ein Dauerspawn? Ja Jetzt einfach nur sehr hoher Das würde mich jetzt mal interessieren Oh Gott Boah Ja, ich hab keine muni mehr Okay, hat wohl geschafft Gott sei dank Ey, jetzt, 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 den Schutzweste geil Oh, bitte Ja, natürlich noch mehr Alter Klar, nochmal drei Stück Was von hinten?